So, weiter geht's. Und wir werden mal die Abkürzung über den Laden übertreiben. Das war doch hier irgendwo. Oder? Was muss ich denn hier noch hinzulegen? Oder lassen die mich jetzt nicht mehr rein? Oder was? Da oben. Pixel suchen macht Spaß. Leute, lass mich rein. Ach, ich gehe zum Krankenhaus. Halt, Peppa. So, Peppa, hast du eigentlich was zu sagen? Du böser Junge! Ignorier mich nicht! Peppa! Ignorier mich deine Mama. Oh, egal. Ich muss eigentlich auch noch was damit machen. Ja, sie drehen sich. Oder auch nicht. Ich dachte, ich könnte jetzt die... Ich hab letzte Woche den Kopf verloren. Da hat mein Gedächtnis gelitten. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Ich hab letzte Woche den Kopf verloren. Da hat mein Gedächtnis gelitten. Ja, ja. Okay. Oh, jetzt... Sorry, die Sequenz hab ich grad. Guten Tag. Ja, ja. Bin ich immer. Dann gehen wir mal zur Rennstrecke. So. Hey, das ist ja eine echte Überraschung. Obwohl, wenn ich's mir recht überlege. Eigentlich hab ich dich erwartet. Na, egal. Wenn du dir einen Rennwagen bauen willst, und wer kann schon dazu Nein sagen? Ja. Harte danach Ausschau. Und drück... Schwarz, Rot, Gold. Naja, nicht ganz. Nicht ganz. Andersrum. Warte mal. So. Da musste ich oben anklicken, genau. Hallo. Hallo, Ingo, Nö. Echt cool, was? Bist du bereit, dein eigenes Auto zu bauen? Falls nicht, kannst du dich durch Anklicken dieses Dreiecks aus dem Staub machen. Ich hab hier ziemlich zu tun, also hol mich nur, falls du den Kopf verlierst. Ich weiß, dass du mehr Köpfchen hast als ich. Und ich hab zig Autos gebaut. Du machst das also garantiert mit links. Mit diesem Hebel bewegst du die Regale mit den Autoteilen. Okay. Klicke sie an, ziehe sie zum Rahmen. Die Farben findest du da drüben. Und mithilfe dieses Hebels kannst du dir dein Auto von allen Seiten anschauen. Wenn du fertig bist, dann kickst du das Dreieck und jemand bringt deinen Wagen für eine Testfahrt nach draußen. Na dann, viel Glück. Ich muss jetzt los. Hey, frag bloß nicht warum und wie, aber ich hab ne Katze in der Heizung stecken. Und? Tschüss. Was die hier in dem Spiel für Schindlu da mit den Tieren treiben. Ne Katze in der Heizung. Ich glaub's ja nicht. So. Ah, okay. Die bleiben aber weiß. Ja, find ich schöner. So. Da ist der andere. Da? Genau. Die bleiben schön weiß. Hebel Schnauze. Ich kann das! Das mache ich jetzt. Schatz. Ist richtig schön. Oder komm, wir machen mal wirklich schwarz-rot-gold. Dann wird das rot. Ja. Was ist denn das Teil? Bin ich schon grad sicher von. Ja. Pizzeria! Natürlich! Das war in rot. Pizza, Pizza! So. Komm. Da ist der andere Hebel. Ach, wie schön. Und, ach ja. Das auch. Ach, wie schön, Leute. Ich glaube, das mache ich jetzt in gelb. Ach, wie schön. Das kommt auch in gelb. Mann. Komm schon. Ach, wie ist das schön. Bist du rot oder? Du wirst gelb. Oktan. Ja, komm, machen wir ein bisschen Werbung. Und. Du wirst rot. Und du wirst wieder gelb. Und auch wieder Oktan. Komm schon. Komm her. Komm her zu mir. Geh weg. Komm zu mir. Komm zu mir. Schnauze. Yeah. Schaut mal, ist der nicht cool? Ja. Ja. Nee, der ist total cool. Ja, ja. Ich muss Ingo nur zustimmen. Du hast ein starkes Teil gebaut. Jetzt wollen wir auch mal sehen, was der Wagen so drauf hat. Vielleicht in einem Rennen antreten. Ja. Schwing dich in das Steuer. Und schon kann es losgehen. Ja. I like. Ja. Ja. So, auf geht's. Wenn's sich dann mal entpixelt. Willkommen auf dem Brickyard 500. Ich heiße Nobby Glätt. Ich bin der absolute Weltchampion. Und dein schlimmster Eifraum. Schmeiß deine Motoren an. Ich mach dich fertig. Die Motoren anwerfen und los geht's. Bist du zum Fahrt? Wir zum Einfluss hier. Wer sagt das? Ich hau dich weg, Alter. Wow, Pizza. Riesenpizza. So, jetzt aber. Und ruf. Ich muss sagen, was soll das? Ähm, ähm, ähm. Hilfe! Ach du Scheiße. Aber cool gemacht, muss ich ja sagen. Oh oh. Oh oh. Hilfe! Hilfe! Ja, ein Flugzeug. Was ist denn das für kranker Scheiß? Pfiuh. Ups. Aua. Oh, das ist nicht gut. Aua. Nein! Nein! Hat er mich weggedreht? Ich glaub's ja nicht. Ich glaub, wir sind jetzt ganz zuletzt. Ich glaub, das hat uns weggekickt. Aber ich seh auch keinen anderen mehr. Dann machen wir nur ein Testrennen. Ich glaub aber, wir machen das richtige Rennen, oder? Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Nein! Ach, das ist doch nicht wahr, Leute. Ich hab's echt nicht drauf. Mann! Ich hab's ja sowas von nicht drauf, Leute. Jetzt kickt er mich doch sicher wieder weg, als wäre ich ein Fußball. Ah. Ah, ich hänge hoch. Ich hänge hoch. Nein, 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 nein! Och, Gott sei Dank. Ey, geh weg, geh weg. Ach, du Scheiße. Mami! Und schau wieder, diese blöden Pizzas. Heiße Pizza und coole Musik. Naja, über die Musik kann man sich streiten, was, Leute. Yeah. Ah! Ach, du Scheiße. Wie mehrere Runden. Heißt, die zwei Kugeln, äh... Sind die zwei Kugeln meine anderen Konkurrenten? Ich glaube. Ich glaube grad schon. Schneller, schneller! Scheiße. Ach, die krieg ich doch nie im Leben eingeholt. Das Wenden, äh, grenzt das schon echt an ein Wunder. Ihr merkt, meine Nase ist ein bisschen zu. Wundert euch nicht. Bild ich mir das ein, oder komm ich näher? Ich bild's mir ein. Vermutlich bild ich's mir ein. So. Yeah! Boah, bin ich gut! Hey, da ist er! Ich hab ihn gesehen, ich hab ihn gesehen! Ich kann's mir eingebildet haben, aber ich glaube, ich hab einen gesehen! Ja, da ist einer! Ich hab ihn fast! Trotz meines Rumlosens! Bäm! Jackpot! Ich hab ihn überholt! Ich glaub's nicht! Ich glaub's kaum! Aua! Gleich hat er mich wieder. Ach, du blöder! Autorennen ist nichts für dich! Fahr lieber Rad! Ach, du blöd Mann! Du hast da hinten als Statue echt gut ausgesehen! Ja, ja! Das reicht für eine Platzierung! Der dritte Platz ist eine tolle Leistung! Deshalb verleihe ich dir dafür den gelben Stein! Herzlichen Glückwunsch! Oh, oh, so. Das machen wir doch gleich nochmal. Diese Schmach kann ich nicht dulden! Ja, ja. Meine Damen und Herren! Die Motoren anwerfen und los geht's! Diesmal lass ich mich nicht mehrmals runterkicken. Komm! Schnauze! So, und weg! Ich hoffe nur, dass das Gelätt mich nicht wieder umwirft. So. Das haben wir auch gut hinter uns gebracht. Und jetzt diese Teile. Jetzt diese Teile. Okay. So. Die Schranken. Die sollten ja auch kein Problem sein. Wenn ich nur geradeaus fahren könnte, das wär's. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Gott! Und dann kriege ich hierbei'n Herzinfarkt. Hilfe. Hilfe. Warum juckt es mich gerade jetzt am Bein? Das ist doch fies. So, und der Oktopus! Die Oktopussi! Geh weg! Ich weiß ja nicht, was die mit mir macht, wenn die mich erwischt, aber das möchte ich auch nicht ausprobieren. So, und jetzt langsam. Genau! Und zweite Runde! So! Und im Moment liege ich noch ganz gut vorne. Aber ich möchte ja nichts beschreien. Leute, ich möchte nichts beschreien. Nachher kickt mich das Skelett wieder fünfmal. So! Yeah! Ja! Das als Statut gut ausgesehen. Du mich auch! Winsch! Da war ein Geist! Ja, das Rennspiel habe ich früher mit meinem Bruder echt bis zum Erbrechen gespielt. Immer wieder dieses Rennen! Immer wieder! Und wieder! Und wieder! Und wieder! Scheiße! Scheiße! Boah! Das war auch wieder... Nerven! Anspannung! Hochzehen! Aber wir schaffen es! Wir schaffen es! Außer der Oktopus schleudert uns am Anfang. Deswegen ein bisschen Abstand! Die Musik macht mich grad ein bisschen kirre, wo sie hier gestehen. So! Hop, hop, hop! Jump, jump! Oh, so! Bisschen abbremsen! Yeah! Wir haben es voll drauf! Haha! Loser! Hell yeah! Bitches! Glück mir dich, dass ich heute einen schlechten Tag hatte, aber meine Nase ist versteinert! Ja, ja! Meine auch! Meine auch! Hell ja, Bitchy! Sah es als Statue hinten gut aus! Das sollten wir öfter machen! Du hast mir ganz schön Steine gemacht! Tolles Rennen! Ja! Du hast mir auch ganz schön Steine gemacht! Was auch immer! Glückwunsch zu einem absolut Ehrenrad. Seit dem rasenden Robin, dem Vater von Nobby Klett, habe ich keinen so super schnellen Fahrrad. Sehr gut. Ja, wirklich super gut. Ja, so sind wir. Für deinen ersten Platz bekommst du einen roten Stein. Cool. So. Jetzt gehen wir kurz mal hier rein. Und hier rüber ins Info-Center. Hallo. Schön, dich zu sehen. Wie geht's? Ach, sag lieber nichts. Ich kann dich sowieso nicht hören. Aber komm doch rein. Jetzt probiere ich mal aus. Das habe ich nämlich nicht ausprobiert, ob das funktioniert. Und jetzt bist du Mama Bricolini. Hallo, Mama. Heiße Pizza und coole Musik. Ach, du bist. Na, du bist nicht verachtet. Aber ich behalte dich im Auge. Du bist wahrscheinlich gekommen, um den Hubschrauber zu bauen. Wird auch langsam Tast, Mittag zu machen. Nein, nein, ich habe schon gegessen. Moment mal, ich habe hier eine Einladung. Äh, nein, keine Vorladung. Du bist verhaftet. Ach, das bist ja immer noch du. Warum machst du dich nicht einfach nützlich und baust den Hubschrauber? Bringe die Steine ins Rollen. Rühren. Ich mag dich, Kindchen. Wie nett. So. Wo muss ich denn hier draufklicken, ha? Auf die Tür? Nee? Warum? Warum auch? So, spielen wir mal wieder Pixel-Suche. Ah, da war's. Ah, Donuts. Ha. Ich will auch Donuts. Was läuft denn im Radio? Wo ich auch bin, wie weit ich auch fahr. Lego Radio ist auch klar. Und ein herzliches Hallo an alle unsere Hörer da draußen. Hier ist Lego Radio. Und gleich hören wir einen weiteren Titel hier von der Lego-Insel. Danke fürs Einschalten. Wo ich auch bin, wie weit ich auch fahr. Lego Radio ist auch klar. Das kennen wir ja. Ich finde ja das gerade sehr geil. Diese Waagschale der Justiz hier. Das. Och Gott, ist das cool. So. Du bleibst in der Farbe. Ich finde dich. Geh weg. Wenn ich dich zu fassen kriege, finde ich das sehr schön. So. Geh weg. Bist du das? Ich glaube, du bist. Geh weg. Nerv nicht. So. Das bist du. Nee, ich glaube, das ist was anderes. Ich lasse das jetzt mal in der Farbe. Weil ich finde die Farben alle so ein bisschen. Obwohl, das mache ich in schwarz. Ach, das ist oben gehört. Nee, dann hätte ich dich gerne in weiß. Boah, das klingt wieder so schön. So. Und noch so ein Klotz hier. So. Komm her. Schnase. Wo kann ich denn drauf drücken? Mensch. Geh weg. Ich schieb's mal rum. Einmal rum. Bist du jetzt netter zu mir? Geh weg. Mann. Aber das ist das doch, was ich nehmen muss. Ops. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Geh weg. Boah, der nervt. Alter, du nervst. Alter. Alter. Alter, geh weg. Boah, so langsam geht der mich echt auf den Sack. Ah. Mann. Mann. Ich drehe gleich durch. Mann. Ah. Geh weg. So. Halleluja. Warte mal, kann ich das in... Nee. Nee, dann... ...würste ich in schwarz. Mensch, das ist doch meine Freiheit. Die wir hier haben. Was wir hier einsteigen können. So. Da. Ist das... Nee, das ist das nicht. Das ist das da. Oh. Oh. Dich hätte ich gern auch in schwarz. Geh weg. Also so langsam macht er mich etwas aggressiv. Muss ich ja gestehen. So ein bisschen aggro macht er mich ja schon. Komm her. Komm her. Komm her. Nicht du. Du sollst wegbleiben. So, jetzt machen wir auf. Sichtschutz. den ich absolut nicht gegriffen kriege gerade. Geh weg. So, drehen wir noch mal eine Runde. Boah, du störst Junge. Hat dir deine Mutter nicht beigebracht, dass du nährst? Bist du so verzweifelt? Boah, geh doch eine Runde aussterben. Aber leise in der Ecke bitte, damit ich dich nicht höre. Och, häng dir doch einen Schnitzel um den Hals und spiel mit dem Hund. Boah, du Opfer. Selbst die Opfer nennen dich Opfer. Hier ein Gelenk. Das will aber gerade absolut nicht, ne? Ich bin ja froh, dass ich den abbrechen kann. Warum will das denn nicht? Mann. Warte mal, nee. Das wollte ich doch gar nicht. Du störst. Ich krieg das einfach nicht gegriffen. Und der macht mich gerade ein bisschen aggressiv, muss ich ja gestehen. Aber so ist... sowas von. Das kann ich hochheben. Das hilft mir doch noch nichts. Boah, alter. Geh weg! Warte mal. So, ich geh nochmal kurz raus. Dann geh ich nochmal rein. Vielleicht klappt's dann. Och, geh weg. Geh weg! Geh weg! Nein! 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 Geh weg! Boah, ey, das... Gleich gebe ich auf. Ey, das ist doch nicht wahr. Ach Gott, nee, ich hab keine Lust mehr. So. Mensch! Macht einen das Agro. Passiert hier irgendwas? Außer da mit mir. Okay, das hatten wir. Ähm, dann lassen wir das doch mal. Versuchen wir was anderes. Hallo, schön dich... Na, ich geh jetzt mal als Pepper zur Pizzeria. Und jetzt bist du Pepper! Ja! Willkommen auf der Lego-Insel! Willkommen! Ach du meine Güte! Was zum Stolperstein hab ich mir nur gedacht!